Hi, ich bin Patrice Ibuidi-Bela. Ich bin Barbara Engel. Rolf Scheider. Ich bin Alexa Maria Suhrholt. Gaby Decker. Hier ist Thomas Hermanns. Hast du schon gehört, was gerade in Russland passiert? Präsident Putin hat ein neues Gesetz erlassen, das das positive und neutrale Sprechen über Homosexualität verbietet. Das ist unvorstellbar. Unvorstellbar. Aber es ist wahr. Und es betrifft uns alle. Möchtest du, dass deine Familie, deine Freunde in ständiger Angst leben? Nur, weil du eine Frau oder einen Mann liebst? Was, wenn dein Kind homosexuell ist? Was, wenn dein Kind homosexuell ist? Und du es vor Prügeleien und Sanktionen beschützen musst. Vor einem Staat, der dein Kind verachtet. Mir reicht's. 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 Keine Regierung der Welt darf bestimmen, wen ich liebe. Wen ich liebe. Und kein Mensch darf mich aufgrund meiner sexuellen Identität verurteilen. 2013. 2013. 2013. Die Zeit ist reif, ein Zeichen zu setzen. Ich darf lieben, wen ich will. Und dieses Recht steht auch dir zu. Jeder hat ein Recht auf Liebe. Jeder. 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 Denn wir alle machen unsere Welt bunt. Egal, wo wir herkommen. Egal, wen wir lieben. Egal, wen wir lieben. Egal, wen wir lieben. Hilf uns, anderen zu helfen. Anderen zu helfen. Hilf uns, anderen zu helfen. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Untertitelung des ZDF, 2020